Hallo, mein Name ist Philipp. Und mein Name ist Michael. Wir sind Gründer und Geschäftsführer von HERO Software. Wir helfen kleinen und mittleren Handwerksbetrieben, ihre kompletten Betriebsabläufe mit unserer einzigartigen Lösung sehr schnell und einfach zu digitalisieren. Handwerksbetriebe stehen auch vor der sehr großen Herausforderung, dass sie entweder noch komplett analog arbeiten oder mit veralteten, zum Teil viel zu komplexen und viel zu teuren Systemen, die dann noch nicht einmal das mobile Arbeiten in der Cloud ermöglichen. Mit HERO Software bieten wir die perfekte Lösung für diese Herausforderung. HERO ist eine innovative Cloud-Software, sozusagen ein Mini-SAP für Handwerksbetriebe. Das heißt, von der Angebots- und Rechnungsstellung über die Mitarbeiterverwaltung, Zeiterfassung bis zur Umsetzungsplanung bilden wir wirklich alle Prozesse im Büro und auf der Baustelle digital ab. Der Riesenvorteil, alle Daten sind dabei vernetzt in der Cloud. Wir haben einen einzigartigen Dokumenten-Konfigurator entwickelt, der sehr flexibel und intuitiv ist und jedem Handwerker enorm viel Zeit spart. Erstellte Dokumente können dann ganz einfach vor Ort zum Beispiel vom Kunden digital unterschrieben werden. Dank modernster Cloud-Technologie sind dann alle relevanten Daten synchronisiert und überall verfügbar. Ein weiteres Feature ist die digitale Umsetzungsplanung. Die Aufträge werden im Büro geplant, die Monteure erhalten alle Informationen direkt auf ihr Smartphone und können mit Checklisten vor Ort einzelne Arbeitsschritte erledigen und dabei ohne Aufwand Bilder aufnehmen, kommentieren und mit den Kollegen im Büro teilen. Mit HERO Software ist die Planung, Kommunikation, Dokumentation und Bearbeitung von Projekten zwischen der Baustelle und dem Büro jederzeit nahtlos miteinander verbunden. Wir haben vier Standorte in Norddeutschland und mit der HERO Software können wir unsere Projekte zentral lagern und trotzdem von jedem Standort aus bearbeiten. HERO erleichtert uns den Arbeitsalltag ungemein. Durch HERO sparen wir uns eine Menge Zeit sowohl im Büro als auch auf der Baustelle. Zeiterfassung ist super, das ist ein großer Punkt, was wir sehr viel nutzen. Die Nachkalkulation ist dadurch recht einfach und übersichtlich, kommen ständig neue Erweiterungen dazu und es ist ein super Programm und wir sind sehr zufrieden damit. Bei der Weiterentwicklung von HERO ist uns das direkte Feedback unserer Handwerksquoten enorm wichtig. Dabei setzen wir auf agile Methoden und Frameworks, um gemeinsam die beste Lösung zu entwickeln. Unsere moderne Cloud-Infrastruktur hilft uns dabei, effizient zu skalieren und kontinuierlich neue Funktionen und Verbesserungen bereitzustellen. Es ist etwas ganz Besonderes, mit diesem jungen und motivierten Team zusammenzuarbeiten und obwohl wir ja schon fast 50 Mitarbeiter sind, haben wir weiterhin diesen Team-Spirit und wollen gemeinsam unsere innovativen Lösungen voranbringen. Natürlich am Ende des Tages macht es uns am meisten Freude zu sehen, wie wir den Handwerkern das Leben erleichtern. Die Baubranche ist einer der letzten nicht-digitalisierten Märkte. Cloud-Lösungen werden sich auch hier in den kommenden Jahren durchsetzen. Die Corona-Pandemie hat diesen Trend noch verstärkt. An HERO glaube ich, weil hier ein tolles Produkt und ein starkes Team Hand in Hand gehen. Daraus ergeben sich für HERO Software exzellente Wachstumschancen. Deshalb investiere ich weiter in HERO. HERO wird bereits jetzt von mehr als 4000 Zahlen in Usern genutzt. Und jeden Monat kommen 400 neue Benutzer hinzu. Das heißt, wir wachsen im Moment extrem schnell. In Deutschland gibt es 500.000 Handwerksbetriebe, die HERO Software nutzen könnten, mit mehr als 3 Millionen Mitarbeitern. Und nicht einmal 5% davon verwenden aktuell eine moderne Cloud-Software. Das heißt, das Wachstumspotenzial für HERO ist wirklich gigantisch. HERO Software hat in den letzten Jahren eine wirklich beeindruckende Entwicklung hingelegt. Ich habe selbst ein Software-as-a-Service-Unternehmen gegründet und letztes Jahr erfolgreich an einen Börse-notierten Wettbewerb verkauft. Daher weiß ich, wie schwierig es ist, den perfekten Product-Market-Fit zu finden. Aus meiner Sicht hat HERO Software genau dies erreicht. Mit geringen Customer Acquisition Costs, einem hohen Customer Lifetime Value und geringen Churn. Dies zeigt, wie zufrieden die Kunden sind. Ich werde weiter in das Unternehmen investieren und rechne fest mit einem erfolgreichen Exit. Mit HERO Software arbeiten wir auch sehr eng mit der Bauindustrie zusammen. Einer unserer größten Kunden ist Sonnepaar Deutschland, die unsere Software als sogenannte White-Label-Lösung an ihre Handwerksbetriebe lizenzieren. Gemeinsam können wir so Pain-Points zwischen Handwerker und Elektro-Großhandeln adressieren und auch lösen. Wir als Großhändler setzen auf HERO Software, weil wir nicht nur unsere Handwerkskunden massiv bei der Digitalisierung unterstützen, sondern auch die Chance haben, die Abläufe zwischen einem Bereich zu Großhändler und Installationsbetrieben effizient und digital zu gestalten. Dies bringt unglaubliche Potenziale für Sonnepaar und deswegen werden wir auch zukünftig die gemeinsame Kooperation intensivieren. Wir hatten schon vor Corona einen sehr digitalen Marketing- und Sales-Funnel etabliert. Das heißt, der Verkauf von HERO an die Handwerker läuft bei uns komplett online und remote. Getrieben durch die Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach Cloud-Software, aber allen voran der Digitalisierungswille der Handwerksbetriebe noch einmal extrem gestiegen. Liebe Komponisten, wir Gründer und unsere aktuellen Gesellschafter investieren weiter in HERO Software. Jetzt habt ihr die einmalige Chance, bei unserer Erfolgsgeschichte dabei zu sein. Lasst uns gemeinsam einen riesigen, bisher komplett analogen Markt nachhaltig digitalisieren. Wir freuen uns auf euch! HERO! HERO! Vielen Dank.